schön dass du wieder eingestellt hast willkommen zurück hier auf meinem kanal mein namen ist peacekeeper und ich habe neuigkeiten für euch meine freunde der wilde westen ist in rainbow six siege angekommen ich hatte ja ein video dazu gemacht war halt so ein league wo man halt damit rechnen konnte dass man wild west event bekommt jetzt ist es soweit meine freunde ich spiele gleich den spielmodus hier habe ich noch gar nicht gezockt sieht auf jeden fall richtig geil aus aber meine freundin wie immer haben wir auch paar packs dazu ich habe jetzt ein bisschen ansehen ist auch nicht so viel aber ich würde sagen fünf habe ich glaube ich so machen wir erst mal fünf auf und dann schauen wir mal was wir dann so bekommen so ich bin zuversichtlich dass wir mindestens selten bekommen meine freunde kupferlauf als montagne spieler ab und zu kann man das mal machen weiter geht's zusammengestückelt das sieht auch geil aus na aber ich habe da die black ice tarnung aber kann man auch machen so ich wäre auch noch geil okay das lädt mal selten selten ist nie gut meine freunde selten ist nie gut aber für cavera oder doch selten kann doch gut sein das sieht auch sexy aus mann naja ist glaube ich was ich meine ist auf jeden fall sehr nice so machen wir den nächsten auf kommen lila zack für gläser alter sieht auch geil aus das sind gar nicht die sachen die man geliegt hatte die sind teilweise anders aus was sieht auch richtig geil aus gehen meine freunde ein haben wir noch ich glaube ich komme noch ein die dinger sehen echt richtig geil aus showdown collection heißt die gold ist immer gut meine freunde gold ist immer gut geräusch war auch lecker schwarzer sheriff nice man das werde ich auf jeden fall benutzen das war schon okay meine freunde einholen wir uns oder jetzt öffnen schauen wir was drin ist lila für gläser das sieht auch geil aus man geht meine freunde wir holen uns noch ein weil die dinger sind echt nice mehr als einen können wir uns glaube ich auch nicht mehr holen hoffentlich was richtig geil ist selten aber vielleicht aber das sieht auch geil aus man dafür dass selten ist muss ich ganz ehrlich sagen nice kann man machen das war's ach man kann auch hier sehen was alles gibt ja mein neger komplett verkackt aber wir können uns das mal gerne anschauen wenn es noch mal laden würde dafür kavere haben wir das sieht auch geil aus alibi gibt es auch noch nicht immer so lange aber manche kopf für decken die hatte ich auch gezeigt die stimmen schon überein und das sind die waffen dann schauen uns das mal an das habe ich hier geholt gut dass wir kein talisman haben meine freunde aber sonst eigentlich ganz nice könnt ihr mal schauen ein bekommt man so und ich habe jetzt mal wegen euch paar sachen gut aber jetzt starten wir mal eine runde showdown meine freunde ich bin echt gespannt let's go okay das ist eine map die ich nicht kenne ganz neue map nicht schlecht über soft nicht schlecht welche operator haben wir es sieht auch geil aus also drei gegen drei und ja mit den shotguns also man kann sowieso nicht auswählen hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht zocker wie gesagt das erste mal mit dem sind wir denn hier passt schon alter das sieht ja richtig geil aus waren wie in red dead redemption jo kollege was geht krasser das haben die echt gut gemacht das ist wieso auch unangekündigt so gab es ja kein trailer die irgendwo sowas sondern hier moin digga das ist ja echt geil ich quasi einem lauf zeigt ich kollege ich habe dich da oben gesehen im richtig lost ich hatte doch getroffen alter alter ok nicht dass er von anderen seite kommt dich habe ich da gesehen kollege okay meine freunde eins gegen eins wo war denn der mann nach über mir ich glaube wir müssen das verteidigen diesen gold da und wir müssen das holen ist schon nice und ich bin ein bisschen sicher da gibt es auch bestimmte aufträge die er machen könnte um einfach diese alpha fax zu bekommen einmal schauen wie es als verteidiger so ist kam ich wollte kamera nehmen ruck ist eigentlich auch ganz cool alter ruck aus sieht aus wie so ein selbstmordattentäter mit seinen 10 ach das ist ja unser gold das war es mal komplett also wir haben ja richtig geile oh shit ey meine teamkamera sind so lost meine freunde ich dachte man hat noch eine forwarding source oder so aber nee geht schon direkt los aber ich würde sagen wir machen gleich noch eine runde weil so einfach lasse ich mich nicht schlagen so jetzt haben wir es aber eigentlich hat man sowieso die gleichen waffen aber es sieht auch richtig sexy aus aber twitch auch mal mit ihren schwarzen haaren und so wie so ein richtiger cowgirl aber jetzt geht es los meine freunde passt auch mal jetzt mache ich hier ein easy peasy kill mit der granate komm zeig dich nochmal junge ich habe dich sowas von getroffen ich unten habe ich auch gesehen verletzungs assist ok kann man hier ping junge alter was ist das denn für eine kacke man also jetzt habe ich mir ein cavierer geschnappt ich finde die sieht von allem die beste aus so meine Freunde jetzt passt mal auf jetzt zeige ich euch mal hier wie man die kills holt ne alter der ist schon hinter mir Digga Junge das gibt es doch nicht ach fuck die sind schon drin lol ok der andere ist draußen aber ich habe hier überhaupt keine ahnung wo aber den holen wir uns passt auf meine Freunde wir werden noch gewinnen easy man easy easy 2-2 letzte Runde würde ich sagen meine Freunde aber ich muss ganz sagen für einfach so geliegenden Abend wenn man so keinen Bock hat auf schwitzen oder Rang kann man das echt zocken ist glaube ich auch zwei Monate verfügbar also ziemlich cool so letzte Runde noch verteidigen und dann haben wir das Ding meine Freunde macht euch da keine Sorgen so jetzt gehen wir mal schnell hier nach außen weil der lässt von letztens so ich spreche wo du bin letztes Mal direkt von der Ecke gekommen Junge Digga wie kannst du mich denn hören man so ein Hund jetzt haben wir verkackt alter wegen der Mann okay das war's vielleicht schafft er das ja noch komm schon Junge geh doch einfach rein Digga ach Kacke man mal schauen was im Endcut so passiert ja ist auch cool gemacht ist echt cool gemacht ja meine Freunde das war so ein kleiner Einblick ins Wilde Westen und Rainbow Succeeds habt ihr das schon gespielt falls ja wie findet ihr das falls dann werdet ihr spielen könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben also ich würde das paar mal spielen aber bin auf eure Meinung gespannt gerne unten in die Kommentare schreiben wenn dir das Video gefallen hat würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr euch abonniert habt na klar auch über ein Abo macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020